Alle sind Freunde, deswegen so und hier ordentlich, hier an der Schulter, aber auch hier bei der Hüfte. Das ist der wichtigste Ort. Hier ist es auch so, hat er hier zwei Punkte und der Bauchnabel, der ist genau in die Mitte, rückt er in die Mitte von den beiden Händen. Den einen Bauchnabel drauflegen, hier hin oder hier hin. Wenn man das so macht, dann kommt das Körpergewicht dorthin, wo der Bauchnabel zeigt, nicht so. Wenn man kann, dann kommt unten her beginnen. Hier? Wenn man hier drückt, dann kommt der Druck auf den höchsten Punkt des Kopfes. Und hier auch. Alle vier Finger zum höchsten Punkt des Kopfes. Kommt auch hier hin. Alles trifft sich dort. Von hier und hier. Kommt hier hin. Hey! Los! Wachen!